Psst, top secret. Dein Projekt in einem Satz? Förderung von Bildungscommunities in religionsbezogenen Bezügen. Wenn dein Projekt ein Reiseziel wäre, welches wäre es und warum? Es wäre ein Permakulturgarten, weil es genau darum geht, im Prinzip die Dinge so miteinander wachsen zu lassen, dass es Beikräuter und keine Unkräuter gibt und dass es sich ergänzt. Welche Frage willst du nie wieder beantworten müssen? Warum müssen wir das abrechnen? Wenn dein Projekt ein Gericht wäre, welches wäre es und warum? Spaghetti mit verschiedenen Soßen wahrscheinlich. Sehr schmackhaft, verlockend, da viel davon zu essen. Und es bringt einen mit anderen vor allem in Verbindung und in so eine richtig schöne Laune, Gemeinschaft zu haben. Wenn dein Projekt auf Tinder wäre, was würde in der Bio stehen? Was ist Tinder? Welche unkonventionelle Methode oder Herangehensweise hast du bei der Entwicklung deines Projekts angewendet? Ich habe einfach nicht institutionell gearbeitet, sondern bin auf Menschen zugegangen, weil die stehen im Vordergrund. Und das scheint nicht unbedingt Standard zu sein an vielen Stellen. Wenn dein Projekt ein Tier wäre, welches wäre es? Boah, ein Elefantenaffe. Wie würdest du einem Alien erklären, was du in deinem Projekt machst? Im Prinzip schon, seit die Menschheitsgeschichte begonnen hat. Sharing is caring. Miteinander teilen ist das, was uns voranbringt. Und mit dem Alien bringt es uns hoffentlich dann auch in Verbindung, dass wir multiplanetar auch zusammenarbeiten. Aber wir schlagen uns bisher auf der Erde die Köpfe ein. Vielleicht hilft es schon, dass es hier ein bisschen mehr Weltfrieden gibt. Auf welche Frage weißt du selber noch keine Antwort? Ist das ein Jahrhundertprojekt? Wen würdest du gerne mehr mit deinem Projekt erreichen? Alle Menschen im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, von der Nordseeküste bis zum Wörtersee. Die irgendwie religionsbezogene Bildung machen.